Jo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von TTT. Mit dabei habe ich da zum einen einen Teddy. Äh, ja, hi. Ja, hey. Natürlich auch eine Yvonne. Hallo. Dann auch einen Atro. Hey. Und zu guter Letzt auch Fizzy. Hi. Und die Runde, ich glaube, die könnte freigegeben sein. Und schon, schon schießt du, ne? Teddy? Ich. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Alter, schießt noch jemand. Alter. Das ist doch ein Witz. Es war so klar, dass er Traitor ist. Vor allem, Stevie, wie blöd muss man bitte sein? Er schießt vor deinen Augen Yvonne um und du kriegst ihn nicht mit. Das habe ich mich auch gewundert. Ich habe das wohl nicht so ganz gehört. Und dann wundern sich alle, dass ich in die kaum rede. Komm ja nie zu reden. Nee. Vor allem, Teddy, du hast Glück gehabt, dass ich dich nicht vor der Anmudi schon umgebracht habe. Hä, warum? Weil ich gerade meine Waffe weggeschmissen habe, um die AWP, äh, äh, AWM aufzunehmen. Äh, AWP. Warum? Die AWM? Ah, die ich hatte, oder was? Und du bist drüber gelaufen. Ja, okay. Wollt ihr eigentlich in dem Moment schon drücken schießen? Oh, nein. Ah, ha, 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 ha. Vorhang aufmachen dann. So sowas vielleicht auch. Es ist dunkel draußen, Atro. Das ist ja gut. Wüsstest du, wenn du rausgucken könntest, wenn dein Vorhang unten wäre? Äh, oben. Vorhang ist unten. Äh, oben. Ja, sie ist oben. Gut. Oh. Loll. Was? Das ist jetzt. Loll. Der Traitor-Raum wurde geöffnet. Sie stand da direkt vor. Sorry. Brinkt. Ja, ja. Warte. Ja, sie stand hier so da vorne. Das Ding geht auf. Hallo? Loll. Das Ding ist schon wieder aufgegangen. Wer ist das? Dann hast du den wahrscheinlich aufgemacht. Na, ich kenn den nicht. Ihr seid Schweine. Piss. Hast du den die ganze Zeit aufgemacht? Ich hab den die ganze Zeit geöffnet, ja. Weißt du, ich hab hier erst mal das kleine Monument in die Luft gejagt, weil ich dachte, okay, okay. Ich fand's aber geil. Ich dachte mir so, irgendwann wird das doch bestimmt mal funktionieren. Dass ich einfach mal so die Tür öffne und dann wird die Person gekillt, die da in der Nähe ist. Ich dachte mir, irgendwann wird das doch mal funktionieren. Nee, wird nicht funktionieren. Nein. Nein, nein. Überhaupt nicht, ne? Hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Nein. Nein, nein. Hat's nicht. Das war ein Versuch, der hat auch geklappt. Das war gut. Naja, wenigstens hat da jetzt jemand Minuskammer. Na toll. Gerecht, ne? Sorry. Das ist doch falsch. Ich guck mir hier nur die Sachen an. Und auf einmal was du tot. Aber der Trick hat doch super funktioniert. Du kannst sagen, was du willst. Super. Das war wahrscheinlich gar nicht sein Plan. Das sagt er jetzt mit mir nach. Doch, das war wirklich so geplant. Round has begun. Batman. Ich bin da mal isen. Au. Au. Fuckin mach'n Schaden. Nein. Au. Dann ist er wieder kaputt oder immer noch. Die fuck'n machen Schaden. Ja, aber nur ein HP. Ja. Runter. Ah, meine Lieblingswaffe. Die Map ist oder das Spiel ist halt schlauer. Galil, meinst du? Du meinst die Gehl. Wer kennt die Gehlwaffe nicht? Die Gehl. Die Gehlwaffe. Galil. Galil. Eine galilische Waffe. Kommt aus Galilien. Ich glaube, wenn ich da jetzt runterfalle, ist es... Da ist Wasser unten drunter. Ja, ja, ich weiß. Aua. Fackel. Weißt du, kriegst bei Wasser keinen Schaden. Fackeln hier sind Schäuers. Kommt doch bei... Ach nee, ist ja nicht Minecraft, ne? Ach komm, ich probier es. Oh, ich lebe noch. Da kann man also runter? Jo. Man kommt bloß nicht wieder weg. Nicht? Äh, scheiße. Ah, doch. Oder? Doch. Jo. Funktioniert doch. Wow, wow, toll. Yvonne schießt auf mich. Ja. Yvonne schießt auf mich. Und Yvonne schießt auf die Traitor. Wie es aussieht. Seid ihr denn? Wie ECH. Unten in der Pyramid. Hm. Für sie. Sie. Na? Teddy. Yvonne. Teddy. Atrii. 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 Ich bin safe. Direkt vor dir. Ich bin auch safe. Ich weiß das. Ich bin auch safe. Das weiß ich auch. Überhaupt nicht. Gott, vertrauen mir. Ich bin safe. Und ihr aber nicht. Mutuell machen. Mutuell machen. Mutuell. Und ich gucke zu. Wir würden voll verlieren. Er guckt zu. Er würde jetzt gleich so einfach Rainboom auf uns machen. Ja genau. Ah klappt doch. Hey Steve. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Also doppelt hier bist. Der Spaten. Boah. Jetzt auf mich schießen will. Weißt du. Machst mir Schaden? Mach ich dich Schaden. Mein Aim, Alter. What the fuck? Was ist da bitte passiert? Ihr habt da unten schon fünfmal die Möglichkeit gehabt, euch umzubringen. Warum machst du dann nicht was? Ich schieb Teddy einfach nur so weg. Und dann sterben wir. Das war auch so eine Sache. Vor allem guck mal. Ich hab sie schon wieder getroffen. Aber die Waffen macht mir wieder kein Wandel. Hast du gemerkt, Teddy? Das Schieben war böse. Wir wurden da mal gegelzen. Ja, das war sehr böse. Oh Mann. Eiskalt, ja. Für den Melon Launcher. Eiskalt. Glas, klar. Vodka. Gorbatschow. Okay, ich wollte keine Schleichwerbung machen. Pech. Meinst du, wir werden jetzt auf YouTube gebannt oder was? Ja, werdet ihr. Weil ihr Vodka trinkt. Ich hab Vodka nicht wirklich, noch nie wirklich getrunken. Vodka-Tizen. Ja, ist klar. Ist schon jemand tot oder was? Ist hier los? Oder wie? Oder wo? Ist da jemand tot? Habe ich gefragt. Habe. Weiß nicht, lebst du noch? Vorbehaftbefehl. Hoft. Keine Ahnung. Äh, ja, ich lebe noch, meine ich. Keine Ahnung. Ja, rein, keine Ahnung. Ja, ich hab keine Ahnung, Alter. Weißt du, ich lebe, ich lebe. Oh, ah! Habe ich dich gut erschreckt, Jan? Ey, schon hast du, ey. Krass, Alter. Ja, ich will einen dünner Metallis. Ohne Schaf. Ja, was denn? Alles oder nicht Schaf? Metallis ohne Schaf. Aber Ziege. Ziege ist nicht nur zu essen gut. Nicht zu essen gut? Er ist nicht nur zu essen gut. Da folgst du mich. Da folgst du mich. Ja, ich meine, ich rede nur mit meinem Schatzi. Achso, weiß ich schon nicht. Natürlich, hier ist ja nichts Besonderes drin. Wow, ouch. Wow, ouch. Ja, ein Fackel. Achso. Dann, ne, bestür ich nicht. Äh, ich häng fest. Ja, du musstest dücken. Man kann da durchlaufen. Du musstest dücken, Alter. Dücken musst du nicht, du Dückstück. Dückstück. Auf Tiefeldorf, ne? Ich trau dir nicht, Stevie. Warum nicht? Dück, 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 dück. Darum. Dück, 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 dück. Dück, 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 dück. Dück, 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 dück. Dück, 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 dück. So, ihr werdet da geschossen? Ich bin gelookt. Diafaschito BW Was ist hier los? Attro? Was ein fucking Hacker! Fucking Hacker! Wie er mich überhaupt... Weißt du Eckhardt, wie triffst du mich bitte? One shot auf Kopf Ich bin dann mal weg Tschöööööööö... Eckhardt, lass mich gehen Echt? Und tschüss! Guck mal, wo ich jetzt bin. Wow, Alter. Lalalala. Mit dieser schwachsten Plattform einfach. Lalalala. What the fuck? Ich glaube, Afor ist unter der Map lang. Vivi hat es kaputt gemacht. Nee, du kannst da jetzt noch durchlaufen. Ich glaube. Gut, ob du dann wirklich auch da mal überlebst. Das ist so eine andere Frage. Wenn du da runterfällst, aber Ja, wer weiß da schon, wer weiß da schon. Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie Lust, das zu testen. Ja, dann versuch es mal. Aber es kann aber auch schief gehen. Ich trau mich das jetzt nicht. Oh, ich komme hier nicht weiter. Loll. Ist jetzt echt runtergefallen. Das ist jetzt runtergefallen, ja. Was? Nee, Afor, steh doch hier. Ich steh doch hier, du Idiot. Nee, aber da ist jemand runtergehüpft. Ich war es aber nicht. Weil du kommst da nämlich gar nicht weiter. Ich fahr auf. Wow. Ah doch, man kommt hier runter. Okay. Hi. Ich habe es überlebt. Ich komme mal her. Guten Tag. Das weiß ich jetzt schon. Lol, da ist jemand tot. Vivi hat mich umgebracht. Ey, du darfst gar nichts mehr sagen. Ich weiß, aber da dürfte noch gar nicht unterhalb der Map sein. Also demnach. Werden jetzt alle unter der Map echt jetzt? Wie kommt man da? Ich will das gar nicht wissen, glaube ich. Du musst an den rechten Pöller. Du musst noch weiter hervor. Und an den Rand. Da, wo du dann das Schwarze siehst. Ja, das sehe ich hier. Dreh dich mal rum. Jetzt nach links. Du musst halt. Oh, zack. Autsch. Lol. Ja, Fallschaden nimmst du gleich mit. What the fuck? Alter. Ich traue mich gar nicht hier zu laufen. Du fällst nicht noch tiefer. Keine Angst. Ey, da wird kein Name angezeigt. Muss ja Yvonne sein, wenn Vivi auch schon tot ist. Der sagt, dass ich tot bin. Was soll ich denn? Du wärst tot. Lol. Jetzt sind wir hier oben und Yvonne ist oben, oder was? Hä? Hä? Ich habe jetzt Yvonne schon getötet, weil sie so schnell ist und ich sie oben nicht mehr sehe. auf der Map. Hey, man kann die sehen. Lol. Selbst wenn ich auf die schieße, der Schuss gibt ja eh nicht an, schieße. Sie gibt voll Sinn. Wie zur Hölle? Was? Hallo? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Das ist bescheuert. Alter, ich schade hier. Jetzt sehe ich gar nicht mehr. Lol. Das ist der Geh- Ja, die Map ist super. Ja, die Map ist super. Nur mal so, wenn ihr das noch weitermacht, geht die Runde ins Unendliche. Das ist der Plan. Hallo? Teddy, du hast verloren. Sag ich ja. Endlich. Das soll ich doch machen. Das ist eine sehr dumme Map. Aber gut, Leute, mit diesem interessanten Abschluss würde ich dann jetzt nochmal sagen, das war es mit der Runde. Lasst doch eine kleine Bewertung da. Der Link zu Teddy's Kanal ist wie gebunden unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.